Das war ja vielleicht ein Sturm letzte Nacht, kleiner roter Traktor. Die Regenrinne muss ausgebessert werden, aber das muss noch warten. Wir sollten erst mal aufs Feld fahren, um weiter auszusehen. Los geht's! Wow! Danke, kleiner roter Traktor, das war ziemlich knapp. Wenn auf dem Dachziegel locker sind, wird's durchregnen, wenn wir sie nicht bald ersetzen. Ich hol lieber gleich mal die Leiter. So, es kann losgehen. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen, Stumpi. Rasanter Fahrstil. Ja, Flitzer ist schon eine tolle Maschine. Oh, ja, das kam heute Morgen mit der Post zur Windmühle, ist die falsche Adresse. Ist für dich. Oh, danke, Stumpi. Hast du irgendein Problem mit dem Dach, Jan? Was? Oh ja, die Regenrinne ist beschädigt und ein paar Ziegel fehlen. Ich wollte mich gerade um die Saat kümmern, aber ich glaube, das Dach kann nicht länger warten. Da hast du sicher recht, es soll ja schließlich nicht reinregnen. Jan. Warte, ich sag dir was. Ich wird's für dich reparieren. Das würdest du machen? Das wäre eine große Hilfe. Ist schon so gut wie erledigt. Ich fahr nur noch Flitzer aus dem Weg. Danke, Stumpi. Vielen Dank. Hier, bringt es bitte, Stumpi, zur Windmühle. Ich hab neulich Mehl bei ihm geholt, ist aber noch nicht bezahlt. Geht klar, Mama. Bis nachher. Und beeilt euch. Sieht aus, als würde's gleich regnen. Hallo, Jan. Hallo, kleiner roter Traktor. Hallo, ihr beiden. Wo wollt ihr zwei denn hin? Zu Stumpi. Wir sollen ihnen von Mama das Geld fürs Mehl bringen. Stumpi ist gerade bei mir auf dem Hof, also gibt das Geld am besten Elsie. Aber erst, nachdem ihr einen Schluck Limonade getrunken habt. Ihr möchtet doch welche, oder? Ja, gerne. Danke, Jan. Und wie? Ich liebe dieses frische Zauber. Ist doch nicht zu glauben. Ich hab wohl die Bremse nicht angezogen. Ich glaub, eher kleiner roter Traktor hat ihren Streich gespielt. Hm, das könnte natürlich auch sein. Äh, Jan? Könnte ich mir für ein paar Stunden ihre Leiter ausleihen? Ich bin zu Hause am Malen und komm oben nicht an die Fenster und, äh... Jan? Hm, scheint nicht da zu sein. Der kleine rote Traktor wohl auch nicht. Tja, wenn er nicht zu Hause ist, würde er wohl nichts dagegen haben, wenn ich mir seine Leiter für ein Weilchen ausleihen. Äh, fertig. Alles repariert und wieder so gut wie neu. Äh, wo, äh... Ist denn die Leiter? Sie muss umgefallen sein. Äh, oh! Nein, sie ist nicht umgefallen. Sie ist weg. Sieht aus, äh... Als würde ich festsitzen. Äh, äh... Vielleicht kann ich ja auf der anderen Seite vom Dach runterklettern. Äh, äh... Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Wir haben alles geschafft und sind auch rechtzeitig wieder zurück. Stumpi ist mit dem Dach anscheinend fertig. Sieht aus, als würde es jeden Moment zu regnen anfangen. Besser, wir stellen dich unter. Hallo? War das heute etwas zu viel? Das klingt nicht gut. Komm, wir werden uns das mal ansehen. Na los, Flecki. Stell du dich besser auch unter. Es riecht nichts schlimmer als ein nasser Hund. Stimmt's? Hm, sieht für mich aus, als würde es am Keilriemen liegen. Ich hab einen in Reserve im Werkzeugkasten. Da ist er schon. Ein nagelneuer Keilriemen. Ups, Entschuldige. Ich hab kalte Hände. Und los geht's. Und schon haben wir's geschafft. Fühlst du dich jetzt besser? Gut. Der Regen lässt anscheinend nach. Dann können wir ja wieder rausgehen, Flecki. Er schläft schon wieder. Hilfe! Kann mich jemand hören? Jagst im Traum wohl wieder Kaninchen, Flecki? Lasst mich von diesem verrateten Dach runter! Hallo? Das warst du gar nicht, alter Junge. Hilfe! Das kommt von da draußen. Hilfe! Hält mir hier runter! Mir ist kalt und ich bin pitch nass. Stumpi? Bist du das? Ja. Und ich sitz hier fest. Was? Wo ist die Leiter? Hab keine Ahnung, sie ist weg. In dem einen Moment war sie noch da. Und im nächsten war sie verschwunden. Tja, aber irgendwie müssen wir dich da runterholen. Kleiner roter Traktor, ich glaub, ich hab ne Aufgabe für dich. Stumpi sitzt auf dem Dach fest. Nein, ich weiß nicht, wie's passiert ist, aber die Leiter ist weg. Also müssen wir das benutzen. Keine Sorge, Stumpi, wir holen dich da in Nullkommanichts runter. So, das hätten wir. Perfekt. Hey! Fang das! Okay. Verpasst! Entschuldige, Stumpi. Diesmal klappt's! Ich hab's! Gut gemacht! So, und jetzt schwing das Seil um den Schornstein. Was? Tja, gut, aber ich fürchte, dass du mich auffangen musst. Keine Sorge, das wird schon klappen. So ist es gut. Vorsichtig! Und jetzt schwing das Seil um den Schornstein rum. Okay, Stumpi, das war das Schwerste. Das Schwerste, sagst du? Oh, ich möchte mal wissen, was bisher leicht gewesen sein soll. Ich weiß, aber du machst das toll, Stumpi. Steck jetzt deinen Fuß in die Schlinge und lass dich langsam vom Dach runter. Spann das Seil, kleiner roter Traktor. Und jetzt langsam zurück. Halt dich gut fest, Stumpi. Noch fester, dann wachse ich am Seil fest. Was ist denn los? Das Seil muss ich irgendwo verfangen haben oder so. Nochmal nach vorn. Okay, und zurück. Beeil dich, Jan! Das Seil reißt sicher bald. Und ich weiß nicht, wie lange der Schornstein noch mein Gewicht trägt. Komm schon, kleiner roter Traktor, du schaffst das. Du meine Güte. Alles in Ordnung, Stumpi? Ja, also, ich glaub schon. Danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Ah, da sind Sie ja wieder, Jan. Ich hoffe, es war Ihnen recht. Ich hab mir vorhin Ihre Leiter ausgeborgt. Ich hab sie gebraucht für meine Malerarbeit. Sagen Sie, sind Sie gut drauf, Stumpi? Oh, ich bin heilfroh, dass ich nicht mehr drauf bin. Herr Juncker, Sie haben die Leiter weggenommen? Ja. Warum? War das falsch? Tja, also ein klein wenig schon. Wissen Sie, Stumpi hat mein Dach repariert und kam da oben nicht mehr runter. Erst der kleine rote Traktor konnte ihn runterholen. Gütiger Himmel, ich, ähm, also, äh, es tut mir wirklich leid, Stumpi. Jan, wenn es irgendwas gibt, womit ich das wieder gut machen kann, äh... Tja, da gäb's vielleicht was, Herr Juncker. Geht's dir schon besser? Oh, viel besser, danke. Danke. Schön, wieder auf festem Boden zu stehen. Toll gemacht, kleiner roter Traktor. Euch beiden verdanke ich es, wieder hier unten zu sein. Es regnet wieder in Strömen, ich wär völlig durchgeweicht. Ja, ich möchte wissen, ob Herr Juncker gut vorankommt. Oh, nein! Wenn mich hier irgendjemand sehen würde, wäre ich erledigt. Ich könnte mich nirgendwo mehr blicken lassen. Ich finde, er macht seine Arbeit am Schornstein ganz ausgezeichnet. Ich bin jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020